Dreh erst die äußere Hand dran, die rechte, dann ist nicht gerade, so. Tempo zurücknehmen. Die Parade war jetzt etwas auslaufend, hast du gemerkt? So, jetzt nimm dir die Zeit, lass ihn stehen, rechts-links, und wenn er sich fallen gelassen hat, in deine Hand, dann mach weiter, gib mal rechts-links, Parade, ja, jawohl, jawohl, gut. Da merkst du, da wird ja schon so ein bisschen unruhig, weil er weiß, da kommt was. Das musst du nochmal verstärkt üben. So, jetzt, du brauchst was. Jetzt schon zurücknehmen, jetzt zurücknehmen, jawohl, gut. Da dritte rauslassen, jetzt zurück, und aufwärts beraten, aufwärts beraten. Komm, nicht eng, nicht überstellen, aufpassen, linke Leine, mehr dran. Noch zu fein, aber besser. So, komm mal gerade. Wollte, Marsch. Wollte, wollte. Nicht mittel drauf, wollte. Noch mehr zurück. Noch mehr zurück. Unterstütz ihn mit der Peitsche. So, ja, ja, gut. Da, da kommt er. Nicht enger weg, ja, da ist er. Merkst du das? Jetzt noch mal ein paar Dritte gerade. Wollte, Marsch. Zurücknehmen. Wollte. So, unterstützen mit Peitsche. Und komm, noch zurück, bisschen mehr zurück. Und unterstützen mit Peitsche. Und aufwärts beraten. Jawohl. Ja, super. Da ist er, Andreas. Genau so. So. Das ist dann die Versammlung. Da kommst du an, kommst du in die Versammlungsgrad. Bei A. Zurücknehmen. Wollte, Marsch. Und nochmal. Unterstütz mit Peitsche.